Meine Damen und Herren, wie schon mehrmals erwähnt, haben wir heute im Dritten eine Programmänderung zugunsten der Fußballfreunde unter Ihnen. Deshalb verschieben sich die Anfangszeiten der nachfolgenden Sendungen. Lediglich die für 22.45 Uhr vorgesehene Sendung Faszination entfällt. Doch jetzt erst einmal spannende 90 Minuten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020